Am Freitag, den 22.04.2022, gegen 17.30 Uhr wurde die Berufsfeuer der Bonn zu einem Balkonkrank in die Fußgängerfunktion abgenommen. Der Kleinkrank konnte schnell gelöscht werden. Im Einsatz waren der B-Dienst, die Löcherhand 1, der Rettungswagen 4 und ein Funkstreifenkraftwagen, der gemeinsamen Anlaufstelle Bonn-Innenstadt von Polizei und Ordnungsamt. Es war zudem der allererste Einsatz der neuen Fäder bei der Feuerwaffe 1. Es handelt sich um die erste Fäderleiter mit Kiebgelenken. Schaut euch auch die allererste Nachfahrt von der Trimleiter an und abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht getan habt.